Willkommen zurück zu Final Fantasy XIV! WUH! Boys, wo bist du? Aber wieder nicht alleine? Äh, wieder mal nicht alleine, weil, äh, geht ja nicht so. Wäre ja langweilig oder so. Wird ja sonst mehr Spaß machen? Sag ich doch langweilig. Sehr gut. Wir haben endlich die Flugtiere, also die Reittiere, sorry. Also die Flugreittiere. Ganz genau. Die nicht schweben können. Hat ja nur gefühlt ne halbe Ewigkeit gedauert. Und jetzt, äh, wollen wir endlich mal Hauptquesten. WUH! Ganz genau. Soll ich erstmal auf die Uhr gucken? Alter, nice. Okay. Okay, los geht's. Ich renne hinterher. Jaja. Wie immer. Wie immer. Immer hinter mir bleiben. Du hast ja da einfach den geileren Ausstieg in uns beiden. Ich weiß. Ah, herrlich, herrlich. Ich glaube, dass man in der Stadt nicht reiten kann, ne? Ja, das ist irgendwie wirklich gut. Weil du könntest dich jetzt auf den Boden legen, aber ich kann trotzdem nicht reiten. Es geht einfach nicht. Alles klar! Was geht? So, wir müssen hier mit... Mit Haini. Mit Haini? Jo. Ah, okay. Ein Schiff. Okay, nice. Dann fahren wir mal ein bisschen. Dann fahren wir mal ein bisschen. Dann fahren wir mal ein bisschen. Aber es ist heute nicht steck. Wir müssen zum Ostwald. Was ist denn? Ja. Ja. Was hast du gesagt? Honigblumensteak, ja, ne? Ähm. Müsste Honigblumensteak sein. Ja, im Ostwald. Ja. Schwimmen wir jetzt einfach mal da hin, ohne natürlich. Ja, wir schwimmen einfach jetzt selbst, weil der Typ will uns kein Boot geben. Wäre langweilig. Lass, du werdet auch mal wieder waschen für uns. Stimmt, das können wir ja auch nicht machen. So, hier sind wir, im Ostwald. Wow, wären wir ja ohne das Boot nicht hingekommen. Doch, Mann. Fliegen. Ich weiß. Apropos Fliegen, Alter. Erstmal. Achso, ich hab mein Chocobo. Wie kann ich denn das ändern, dass nicht mein Chocobo kommt, wenn nicht Ding? Ich glaub, du musst einfach, äh, du hast den Skill auch unten in die Leiste rein. Jep. Das ist ja ein Reit-Tirolet, was du da rufst. Als zufällig, weil das von den beiden kommt. Ja? Im Normalfall zumindest. Das Gefühl hab ich nicht. Äh, dann ändere ich's mal kurz. Moment. Kommandos. Kommandoliste. Ja. Läuft? Ja, aber ich will nicht, dass es so random kommt. Läuft? Ah, ist schon. Ist schon okay. Wobei's eigentlich wirklich egal ist. Wobei, kann ich das Reit-Tier nicht selbst... Wobei kann ich denn das machen? Re... äh, hier. Reit... ne. Reit-Tier verzeichnet eigentlich, wenn du da drückst. Dann, ähm, Reit-Tier verzeichnet. Du musst eigentlich irgendwas da, äh, abändern können, oder? Ah, nice. Ja, weil ich hab Chocobo tatsächlich drin gehabt. Jetzt hab ich mal ein Flugvieh drin. Ah, nice. Ich hab's Reit-Tier runter drin. Ach so. Wie nice. Weil ich finde, den Araman, der ist ja schon geil. So ist es ja nicht, ja? Auch für unseren Chocobo haben wir jetzt schon ein paar Ausrüstungsgegenstände. Ich weiß. Egal. Ist halt schon ein bisschen schade. So, das Fate ignorieren wir mal. Ich hab mir mal lagts grad ein bisschen. Bei mir gar nicht. Ja, ne, es liegt wahrscheinlich an meinem PC. Der hat wieder Bock, irgendwas zu machen im Hintergrund. Toll. So haben wir's gerne. Ja, ich glaub, ich weiß auch warum. Oh, bin ich dumm. Ja, okay, wir machen das jetzt mal. Ich weiß, warum's laggt. Dürfte aber jetzt in den nächsten paar Minuten vorbei sein. Ja, wunderbar. Fang schon mal mit der Quest an. Okay. Ja. Und dann kann ich uns ja erstmal Protests geben. Ganz genau. Wird kurz sagen. Ja, Protests! Mach der Schalt! Toll. Ja, die Gegner hier sind ja nur Stufe 20. Das sollte eigentlich locker flockig von der Hand laufen. Wie den Rutschen, egal. Eigentlich, aber... Bei uns um Glück töten die uns. Nee, Spaß. Was immer denn? Wir sind Level 24 schon, krass. Ja, nice, gell? Bzw. bald 25 sogar. Nice. Könnt der nächsten Grad noch nicht rufen? Wahrscheinlich weil er den anderen schon... Ja, ja. Das ging nicht. Nice. Man muss schon warten. Leichter! Da-da-da-da. Okay. Boots, mach das! Boots! Und... Mach keinen Schaden und... Ja, hauen wir den erstmal weg. Boots! Nice. Und dann geht er da unten. Fade erfolgreich! Nice! Kommt einfach Fade erfolgreich, wenn wir die gekillt haben. Du hast das bekommen, ja. Ha? Nee. Ich hab ja nicht mitgemacht. Okay. Dann geht's mal weiter, hier. Bis wir... Ja. Oh, nice. In der Südwestenbereich. Da-da-da-da-da. Flieg! 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 Alles klar! Wo kam der denn her? Da ist einer Fan, glaub ich, Alter. Was? Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt vor dem Sailor Moon war oder nicht, Mann. Also... Stimmt! Ja... Alter... Ich hab mich ja noch gut hier... retten können. Alter, wo ist denn der mit Quests? Oben oder was? Oder oben? In das Haus... In das Schausthaus? Jawoll! Wär einfach mal reingeplatzt! Ja, voll geil mit dem Arimanga! Ey, geil! Also, herrlich. Ich liebe ihn jetzt schon. Ähm... Soll ich nur mal klar machen, oder? Weiß? Ja? Was? Annehmen? Ja, gut, ne? Ja, auch noch mit dem quatschen oder was? Mit dem Rolf! Die wollen jetzt... Die wollen jetzt alle geredet bekommen. Danke. Ach Gott, Alter. Wir müssen noch mit... Noch mit Leuten reden? Du hast doch gesagt. Die wollen alle geredet bekommen. Verstehst du nicht meine Worte, oder was? Nein, Mann! Ist das die chinesische oder was? Das ist andere Ding, weißt? Okay. Jetzt, wo du sagst, verstehe ich es auch. Okay. Blasette, Alter! Blasette, ja. Du kannst schon geblasen, oder? Haha, wie heißt ich Blasette? Ja... Das I musst du stumm sprechen. Ach so, Blasette. Ey, jetzt, wo du sagst, klingt es eigentlich nicht voll nice! Ich bin Blasette. Ich bin Blasette. Wer bist du? Ich bin Cockette. Ah! Nein! Wie heißt es? Ich bin scheiße, Tag. Ich bin ja nicht leid geblasen. Ich bin ja nicht leid. Ich bin ja nicht leid. Ich bin ja nicht leid. Ich bin leid. Mach das nicht. Okay. Mach das nicht. Alter, mit der wir quatschen müssen Da hinten, dieses rosa Hothorn Ich da hinten wieder Da wo wir hergekommen sind, weißt du? Jojo, ich muss die Map mal ein bisschen kleiner machen, dann sehe ich so Oh, bist du abgestiegen jetzt? Oh Ja, der gibt geile Geräusche von sich, gell, wenn der abfällt Geil Oh, am Fate Level 11, Alter, gönne ich mir nicht Geil, geil, können wir bestimmt von der EP Routine Ja, rosa Das Geräusch Ist wirklich gut, ey Ist einfach nur herrlich, hab ich doch gesagt Okay, sie soll noch hier hin Das kann man aber schnell rennen Hier flaschen Bernstein-Sirup auch das eigenartige Grasbüschel anwenden und das Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Die sind halt Bernstein-Sirup Da ist der Ja, das ist halt ohne... Ja, sorry, Mann Ja, mach doch Ja, das ist halt ohne Mir gegeben, Alter Stirb jetzt! So, was reitet ihr drauf und weiter geht's? Und andere wieder in dieses Haus Er fliegt jetzt so schnell, gell? Sorry So Jetzt platzen wir mal wieder rein Er läuft halt von der anderen Seite rein Oh Gott Kommst du wirklich von der... Alter Kommst du wirklich von der Seite, nicht von vorne Ja Und level up Bei 25 Was für Landlab, Mann? Du noch nicht? Nein Das ist... Das ist aber merkwürdig Ist der Typ ne Frau oder ein Mann, Alter? Also laut Bart eigentlich ne Frau, aber der Name? Ich weiß nicht Obd Auftrag anders gemacht Gute Ein krüssiger Flügel, den Ja, ich setz doch nicht wieder auf einem was der hat so will wir machen wir alles wir machen alles oder so langes geld gibt es mir doch scheißegal also ich wollte gerade sagen wir zahlen noch dafür muss doch nicht wieder wissen wir zu den zu den sylfen zu den sylfen jawohl ihr feiert hier richtig schön oder oh gott ich habe drei juchists vorbei jungen zis aller juchists das ist keiner kennt das ist von mir das denken die nachher woher weicht er das denn ich denke mir ja woher wir das jetzt wissen könnte was das sein könnte was ist bei dir heute los also wir müssen ach so äh strakes riss tanzen tanz trägt riss wer weiß dass wir es nicht selbst können das tanzen ich glaube der typ da neben uns vor uns der andere spieler weiß nicht wie man tanzt gut dass wir es gerade vorgemacht haben junge wir helfen dir man besser zu werden ich schreibe ihm wenn unsere videos gucken würde wüsstest du wie man tanzt ganz genau easy das ist auch ein gescheiter tank aber es ist anderes kindgebiet jetzt hier wenn tanzen und tanken sieht das gleiche und dann Was schnappen wir uns denn von den tollen Tränken als Belohnung? Mach einfach eins Ich hab den nicht stumm gemacht, scheiße Verkauf ich doch so oder so Ja, stimmt eigentlich Oh, Ida Ida Alles klar Sag nicht, wir müssen noch mehr tanzen, oder? Oh, die Schilden müssen Komm, der muss wirklich durchtanzen Ja Und dann lern dir auch noch irgendwas Oh my gosh Kann man das nicht schneller triggern? Du könntest es irgendwie unten nach einsetzen Ah doch, geht, 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 geht Wie? Man kann das triggern Ah, nice Falt hast du da oben Ganz genau, Digga Also, halt Läuft Alter Es ist schwierig, es ist schwierig Im Controller ist es schwer Nein, Digga Jetzt Ja Ja, es ist schwierig Okay Wenn du sagst, Digga, fühle ich mich immer angesprochen Sagst du alles so heiße Tut mir leid, Dinge Ich kann es von hier aus für gehen Nein, du hast nicht gezählt, also du darfst nicht allzu weit wegstehen Gut zu wissen Nichtun Nichtun Aber es ist sogar Neu Neu mit erufen oder auf jeden fall da hier sind sogar zwei können wir an dem reizen nicht tanzen das steckt doch ab lol weil ich gerade sage das steckt doch ab warum muss ich für die normalen menschen hier auch tanzen weil die es nicht können das geld wir haben keine füße kannst doch schneller jetzt ich warte hier wieder auf die stelle wenn es sein muss mach das doch wenn du dich so will ok bin dann auf dem weg zu dir ja endlich entschuldigung ja kein problem aber ich bin jetzt auch stoffe 25 nice okay